Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Attached to Stealth Assassins. Ähm, ja, ich muss euch was sagen. Es ist gestern was vorgefallen bei mir, und zwar ich habe, äh, ja, meine alte Festplatte verloren, die ist kaputt gegangen, einfach so. Und deswegen kann ich jetzt nicht mehr auf mein altes Spiel zugreifen, aber ich habe mir jetzt einfach ein Savegame geholt. Und, auch wenn das ein bisschen Scheiße jetzt hier ist, dass hier 99 überall ist, aber ich werde das nicht verändern, also ich werde mein Spiel jetzt nicht dadurch verändern, dass ich so viele Items habe. Und ja, wir haben hier halt auch alles, wir hatten die vier Sachen hier, und das hier, und mehr werde ich auch nicht benutzen hier, Superschuriken und so ein Müll. Den würden wir wahrscheinlich nicht mehr kriegen, wenn wir, äh, wenn wir Großmeister schaffen würden überall, ne? Und ja, das mache ich aber nicht, aber ich kann es mir ja angucken, also hier ist ein Hundeknochen, okay. Das heißt, wenn ein Hund dich angreift, dann wird er gut, okay, was ist das hier? Eine Pfeife. Okay, damit kann man den Gegner austricksen, was ist das hier? Das tante ich für den Gegner, auch cool. Was ist das hier? Okay, ist ja eine Tension-Getting-Decol. Äh, keine Ahnung, was das ist. Das hier ist ein, oh, hiermit kann man Feuer, Feuer spucken, okay. Und hier ist halt acht Schuriken, ja, gut, okay. Aber die Standard-Items kennen wir ja noch. Ja, wie gesagt, äh, ich musste mir ein Safe-Game holen, und ja, wie gesagt, aber ich werde das, werde mein Spiel jetzt nicht verändern. Ich habe aber gesehen, dass jetzt das letzte Level kommt. Und da nehme ich mir natürlich den Panzer mit, und ja, soll ich mir einen Booster hier mitnehmen? Ich glaube, ja, ich glaube, der letzte Gegner hier wird sehr schwer werden. Ja, wie gesagt, wir sollen jetzt, ach, was war nochmal, wir sollen, äh, ein Moment mal, ich muss kurz nochmal überlegen, was wir hier machen sollen. Aber ich glaube, das sehen wir auch jetzt da gleich, ne. Genau, befreie die Prinzessin, genau, Prinzessin Kiku wird entführt. Und, ja, Flammen und Lava bringen einen instant tot. Okay. Und, ja, genau. Ja, es ist halt auch jetzt ein neues Grafik-Plugin hier, ne. Und, genau. Ja, dann würde ich sagen, starten wir trotzdem einfach mal hier mit, äh, Tenchu. Und, ja, ich hoffe, dass das jetzt alles so rund läuft mit der Aufnahme. Und, jo, genau. Dann würde ich mal sagen, da ist ein Gegner direkt. Hahaha, ich sehe dich, mein Freund. Aber der guckt irgendwie nur, okay. Was haben wir hier noch? Ah, ich trau mich irgendwie nicht da hinzugehen. Ne, vergiss es. Ne, weil der dreht sich da bestimmt wieder rum, und dann reg ich mich wieder nur auf. Ne, komm. Diesmal nicht, Freund. So, diesmal warte ich, bis du nach rechts gehst. Ah, ich bin mutig. Und, zack, jawoll. Oh, wie sieht der denn aus? Der sieht aus wie so ein... Ah, fuck. Scheiße, das wollte ich doch verhindern, Mensch. Mann, jetzt haben wir hier... Was ist das überhaupt für eine Mucke? Ah, ja. Jetzt haben wir hier wieder... Hat mich hier wieder einer entdeckt. Ey, shit. So sch... Das geht aber auch immer so schnell. Wo ist denn der jetzt? Da unten irgendwo. Da unten... Da! Stopp, 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 stopp. Oh mein Gott. Alter Schwede. So, jetzt. Da hat er mich entdeckt, der Penner. Ich glaub's ja nicht. So, was machst du? Was machst du? Wen hast du da entdeckt? Ah! Auf einmal sind da zwei Gegner und die sehen mich wieder, oder was? Oh mein Gott! Ey, nein! Ich will nicht wieder tausendmal entdeckt werden, ey. Oh Mann. Oh, Leute. Was macht ihr denn? Was macht ihr denn mit mir? Was macht ihr denn mit mir hier? Oh. Oh Gott, ey. Ah! Wo kommt der Bogenschütze doch schon wieder her, ey. Alter Schwede. Okay. Ah, der sieht schon wieder so komisch aus. Der sieht aus wie... Ach, wie so ein bisschen... Ah! Scheiße, ist noch einer! Oh Mann, ey. Ich stelle mich hier wieder blöd an, ey. Ich stelle mich hier... Ey, Alter. Ich kill die gleich so. Ich stelle mich hier wieder extrem blöd an, ja. So, dann geh du mal weg. Oh. Mensch! Was denn? Hä? 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 Wie können die mich durch die Wand sehen? Das verstehe ich jetzt nicht. Oh! Ne, ich glaube, ich starte das gleich nochmal neu. Ey, das ist ja wohl... ...nicht mehr normal hier. So, ich muss mich hier im Wald ein bisschen verstecken, ne? Oh! Wie viele Leute sind da? Ey! Wo kommt der denn her? Alter, was bist du für ein Panda, ey? Dann kill ich den jetzt so. Ist mir scheißegal. Dann kill ich den jetzt so. Ist mir scheißegal. Komm schon, ey. Näh! Penner. Da kommt der mir echt so weit hinterher. Ich fasse es nicht. Alter Schwede. Okay. Das kann ja nur scheiße werden. Jetzt mal ehrlich. Wenn das schon so wieder anfängt. Und wo sind die... Was ist das für eine Mucke? Der kommt auch direkt auf mich zugerannt. Der kommt auch direkt auf mich zugerannt, als ob er es wüsste. Als ob er es wüsste, weißt du? So, jetzt. Geh da hin und kill den Spasti, ey. So. Hier ist irgendwo noch einer gewesen. Hier waren drei. Auf einmal waren hier drei Gegner, ey. Egal. Egal. Hier nicht zumindest. So, jetzt. Aufpassen. Da ist ein Hund. Okay. Da ist ein Hund. Äh. Ich glaube, den kann man... Ne, da ist noch ein Gegner. Okay. Alles klar. Aufpassen. Und der da. Oh, das war gut, ey. Der war gut. Oh. Nein. Och, du Shit. Wer hat mich hier wieder fast entdeckt? Wo denn? Ich save hier mal. So. Oh Gott. Da. Da. Da ist er doch. Okay. Ah, stopp. Ah, stopp. So. Was machst du für ein Freund, hä? Nein. So. Da bist du. Okay. Du hast dich wieder rumgedreht, aber du gehst eine extreme Scheißroute. Muss ich dir jetzt mal ehrlich so sagen. Nein. Nein, 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 nein. Mach nicht wieder denselben Fehler. Nein, 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 nein. So. Nein. Hier ist keiner. Hallo. Stopp. Der geht so eine richtige Scheißroute, ey. So. Zack. Oh, das war gut. So, da ist noch einer. Boah, schwierig. Echt schwer. Ah. Was machst du? Oh, okay. Bleib bitte da, ja? Bleib bitte da. Ich glaube, dieser Part wird heute Überlänge haben. Aber ich glaube, das macht nichts, weil... Ich habe mir ja eine SSD gekauft, eine Toshiba SSD. Dadurch wird wahrscheinlich das Rennen dann etwas schneller gehen, ne? Und deshalb... Da ist er. Da ist er. So. Was... Warum... Warum gehst du im Kreis? Nein. Nein! Ich konnte nicht wieder... Ich konnte hier wieder nicht... Ich konnte wieder nicht hier... Mich hier hochrollen. Fuck. Und ich komme hier wieder nicht weg. Alter, das ist doch so verbuggt manchmal hier. Oh. So. Hä? Nein. Nein, nicht so rum. Hier ist keiner. Oh, ey. Wie soll ich das denn machen, wenn er da die ganze Zeit so eine Scheißroute geht? So, jetzt. Jetzt, 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 jetzt. Kill ihn! Oh, der wollte sich schon wieder rumdrehen. Ah! Okay. Okay. Oh, shit, man. Nein, ich weiß jetzt halt auch noch nicht, ne? Neues Grafik-Plugin und so. Äh, wie das aussieht jetzt mit der Grafik und so. Ob die okay ist oder ob... Ob's scheiße aussieht? Ich weiß es nicht. So, da ist ein Hund direkt, so. Immer schön vorsichtig. So, da sitzt der jetzt. Nein! Oh mein Gott, wo? In welcher Richtung? Oh, shit. Oh, nein! Was ist das denn? Was ist das denn? Was macht der denn? Was, 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 wie, hä? Wie bist du denn drauf? Kollege. Der spuckt Feuer! Was ist das denn für ein Kerl? Das würde ich gern mal wissen, was der, was, das, was der Typ mit Ninjas zu tun hat. Wo ist der denn überhaupt? Ey! Hallo! Verdammte Scheiße. So, jetzt. Jetzt! Da ist er! Oh, guck dir mal, wie der aussieht. Was ist das überhaupt für ein Typ, ey? Alter Schwede. Check ich nicht, was das mit Ninjas zu tun hat, aber egal. Nein! Oh, ich dachte, der hätte sich rumgedreht. Egal, dann kill ich den jetzt. Ist mir scheißegal. Spastier. Oh, wie passt die, ey, komm. Komm. Und zack. Tschüss, weg mit dir. Ist mir jetzt egal. So. Oh, geil. Guck mal. Wow. Er steht in der Tür. Schaut mal! Ich hab mich in der Tür festgepackt. Ah. Oh, jetzt hat mich hier schon wieder einer irgendwo entdeckt. Oh Gott, ey. Oh! Alter. Alter. Boah. Okay. Oh, Mensch. Ich hab mich schon wieder voll erschrocken. Oder geht der? Okay. Und? Und? Jetzt bist du weg, mein Freund. So. Hast du davon, wenn du mich entdeckst, ey. Dann kommt nämlich der schöne Tod hier. So. Ich geh mal hier oben drauf, wenn das geht. Geht das? Nee. Schade. Okay. Da ist der nächste. So. Ah, die Sicht, ne? Ja, da ist wieder so ein Feuerspucker. Keine Ahnung, was das für Typen sind, ne? Aber er sieht auf jeden Fall verkrüppelt aus. Ich weiß nicht, ob das nur ein Kostüm sein soll, aber... Er sieht irgendwie aus wie, keine Ahnung, Chewbacca oder so. Nee, keine Ahnung, was das sein soll. Der dreht sich auch nicht richtig rum. Wo ich mich auch frage, warum er das nicht tut. Aber ist ja... Dreh dich rum jetzt. Ah. Dann rolle ich mich halt von der anderen Seite an. Ah, jetzt dreht er sich, okay. Und schneller, Rikimaru. Schneller. Oh, Gott sei Dank. Puh. Oh, ja, natürlich. Natürlich. Natürlich kommt da wieder einer, ey. Hau doch ab. Hau doch ab. Scheiß Bogenschütze. Ich muss mich erst mal konzentrieren, hier. Wo ist der? Da kommt der, okay. So, alles klar. Er ist beruhigt. Boah. Mensch. So, da ist der Bogenschütze wieder. Nein, ich werde voll auf den Deck, der ist. Das ist ja der Scheiß. Ich glaube, Großbeißer kann ich hier eh knicken. Na, müssen wir mal gucken. Dreh dich doch oben. Ey, Mann. Wie soll ich das machen? Ich hab ne Idee. Wenn er erst das nächste Mal so ist. Mann, bei Tencho 2 kommt man sich bei... Ah, warum kann man sich hier nicht anschleichen von der Seite? Warum geht das nicht? Warum geht das nicht? Hauptsache, der sieht mich noch. Hauptsache, der weiß, wo ich hingerannt bin. Und ich kann hier nicht herlaufen. Ah, dann kenne ich den so. Scheiß drauf. Scheiß auf die Statistik jetzt hier. Mann, Alter. Das ist doch nicht wahr. So. Dann war der ja hier, ne? Genau, der war ja hier. Wenn ich aber da oben draufgehe, dann ist auch kacke, weil dann sehen die mich auch. Na, wenn ich jetzt hier bin, dann... Ja, das bringt doch gar nichts. Das Level ist noch sehr groß. Also, ja. Ach, da ist er schon! Okay. Ah. Siehst du, du hast gekommen, um dich zu treffen. So, du hast zurückgekommen. Diesmal kommst du nicht zurück. Hahaha. Ah, nein. Du kannst mich nicht bewegen, wenn ich versuche. Wir werden es finden. Ja. Ja. Lass uns das mal rausfinden. Haha. So. Und jetzt... Ah! Scheiße! Ich habe vergessen, mich zu heilen. Oh, Mann. Komm schon. Und heil dich. Und nimm den Booster. So. Alles klar. Und Granate. Zack! So, da hast du eine Granate in die Fresse. Schmeckt gut, hä? So, zack. Zack, zack, zack. Ah, shit! Komm schon. Oh! Oh, Junge. Oh mein Gott, ey. Alter. Ah! Hau ab! Hau ab, Junge. Hau ab! Ich habe doch einen Panzer. Warum zieht der trotzdem so viel ab? Bamm, Junge. So. Ich habe einen Panzer und der zieht trotzdem so viel ab. Zack! Oh, jetzt mache ich dir gleich eine Bombe in die Fresse und dann sollte das mit dir gewesen sein. Mensch. Steh auf! Zack! Ah, noch nicht ganz. Okay. Egal. Wenn er jetzt aufsteht, ist er fällig. Oh, die Kage, Junge. Steh auf! Zack! Ha! Der heilt sich! Was ist das für ein Spast? Der heilt sich! Ja, toll. Ja, toll. Nee. Nee, 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 nee. Nein! Oh! Ha! Alter! Der heilt sich! Ja, scheiße, Mann! Egal, komm. Von vorne. Scheiße, ey. Das gibt es ja wirklich. Oh! Junge, hör auf mit deinen Tricks, Alter. So. Oh! Oh, wie? Alter, nee! Wie soll man das machen hier? Ah! Lauf! Der heilt sich einfach so. Alter, der heilt sich! Das haben die Gegner in den zweiten Teil nicht gemacht. Witz! Alter, der hält trotzdem so viel aus, obwohl ich einen Booster habe. Das ist doch nicht wahr. Das ist doch echt nicht wahr. Ja, der mit seinen komischen Kicks hier, oder was? Ja, ja, ja. Aber der Booster ist auch voll schnell weg, irgendwie, ne? So, hast du Granate. GANATE! Hm! Ich soll direkt noch eine gleich in die Fresse. So, da hast du! Butz! So, diesmal heilst du dich nicht, okay? Okay. Zack! Spasti, ey. Oh. Und direkt. Zack, zack, zack. Ah, shit. Zack, zack, zack. Oh! Alter, Schwede! Du heilst dich nicht! Du heilst dich nicht! Ja! Du heilst dich nicht! Ah, nein! Scheiße! Boah, der regt mich langsam auf. Boah, der regt mich langsam echt auf, ja! Geh mir nicht auf den Sack, du Spasti, ey! Das war ehrlich! Was ist das für ein Fail-Kampf? Ja, der macht immer dasselbe. So, trink. Ey, ey, ey! Das ist, glaub ich, der Endbus hier, hä? Warum springt der? Ja, kick mich doch mal hinterher, ey! Sind wir jetzt hier bei Tekken, oder was? Oh, so. So, so. Zack! Hau ab! Hau ab! Ah! Oh, geht er hoch! Um Gottes Willen! Ich kann nichts machen! Ich kann nichts machen! So, trink das! Booster, komm! Ich muss das doch schaffen, irgendwie! So, da ist er! Dann, dann, zack! Ne, diesmal nicht, Junge! Oh! Shit! Ah! Scheiße! Nein! Ja, endlich! Mein Gott! Mein Gott! Ne, oder müssen wir jetzt noch selber gegen den Kämpfen, oder was? Oh, ne, das kann doch nicht sein! Was? Was?